Willkommen zurück zu Let's Play Lego Pirates of the Caribbean, das Videospiel. Wir kaufen jetzt erstmal den verfluchten Jack Sparrow. So, möglicherweise ist mir... Äh... Äh, möglicherweise ist mir eben nochmal was aufgefallen, als ich hier reingegangen bin. Ups, äh, wie man... Das wollte ich nicht. Oh, das auch nicht. Ich geh ja mal raus. Ich mach hier nur alles kaputt. Äh, wie man möglicherweise noch einen... ...roten Stein bekommt. Aber daher, dass ich da jetzt schon alles... Alle, bleh. Daher, dass ich da jetzt schon alles zerstört hab, werden wir wohl... Wohl eher erstmal ein Level spielen. Und danach... Äh... Werden wir da nochmal reingehen. Aber erstmal hier, Kapitel 3. Die Black Pearl greift an. Davy Jones haben wir auch dabei. Ne, ich brauch kein Geld. Ich brauch... Minikids. Wir können erstmal suchen. Reizack. Mit oben irgendwo. So. Brauch ich aber nicht. Die Flasche brauch ich auch nicht. Und Fisch. So, Fisch. Da vorne irgendwo. Hier. Und das hatten wir tatsächlich auch noch nicht. So, dann einmal so. Hier. Und es geht nach oben. Ach, daneben. Ach man, was kann ich eigentlich? So, geschafft. Dann zerstören wir mal das erste Fenster. Das erste Gitter. So, Nummer 1. Die zweite Kanone reparieren wir. Und wir brauchen eine neue Fackel. Ja, verbrennen. Gerade ich wollte da oben eintreffen. Ups. Ja, einfach runtergefallen. So, 1, 2, 1, 5. So, nächstes. Okay, wo kommt das hin? Da vorne. So, 3 von 5. Blackbeard. Wo bist du hier? Und runter. Ah, Nummer 1. Äh, ja. Nummer 1 hier unter Deck. Was, noch eins? Och, nö. So, hab's. Und mehr ist hier nicht. Okay, dann wieder nach oben. Und dann bringen wir das hier einmal rüber. So, hier unten ist auch was. Hier. Hier. Das war doch. Ich hab jetzt zweimal ganz kurz nach rechts gedrückt. Und dann hat's funktioniert. Ach, nee. Halt doch fest hier. Willst du auch noch was machen? Oder muss ich ja alles alleine machen? Nein, da, okay. Die Seite hier war eben anscheinend zu schwer. Ach so, ja. So. Sollte ich am besten vorher mal machen. So. Ah, jetzt schaffte ich die Seite plötzlich. Plötzlich hat er mal ein bisschen Kraft dazu bekommen. Ah, gut gemacht. So. Backel. Wollte man gerade zuerst den Fisch holen und die Kanone mit dem Fisch anzünden. Hat ja nicht so gut geklappt. Oh ja, super. War ja ne weiche Landung. Hackel. Wofür? Stopp, 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 stopp. Hab sie. Nein. Ah, brennt noch. Obwohl sie im Wasser war. Ah, okay. Eins. 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 Ich hab kein Lust mehr. Das geht doch gar nicht. Aber da soll ich die... Ach so. Ich soll die oben treffen. Ähm. Ja. Schön daneben. Aber getroffen. Zählt. Und die letzte. Die ist doch einfach. Ach, das kann doch nicht wahr sein jetzt hier. Treff nochmal. So. Und geschafft. Ah, hier. Und hier ist nichts mehr. Okay. Ah, hier ist noch sowas. Aha, okay. Ja, wechsel den Charakter. Ganz schlau unter Wasser. So, Davy Jones kann ja unten aber laufen. Und jetzt sind wir hier. Es fehlen noch zwei Minikits. Okay, da kann man nicht mehr rüber. Okay, ich suche hier vorne aber trotzdem nochmal kurz. Vielleicht gibt es in diesem kleinen Gebiet ja was. Oder auch nicht. Okay, gut. Gut. Ihr wollt euch mir Blackbeard anlegen? So, reicht es doch mal. Was willst du von mir? Was willst du von mir? So, jetzt. Stirb. Ah, hier kommen wir noch runter. Okay, dann gehen wir hier mal runter. So, und hier ist auch der Rest. Und hier runter. So, auch hier ist die Schatzkammer. Na ja. Zurück zum Hafen. Speichern und verlassen. Und ein neues Schiff. So, und jetzt haben wir schon 48 goldene Steine. So, jetzt testen wir das mal mit dem roten Steinhaus. Drei fehlen hier noch. Na, vielen Dank auch dafür, Schwein. Kann ich das hier auffüllen? Nee. Gut. Gut, dann. Hier gibt es doch bestimmt auch einen roten Stein. Für irgendwas. Hier, füllen wir das auf. Na gut, dann halt nicht. Läuft hier noch ein kaufbarer Charakter rein? Nein. Es fehlen hier ja leider auch noch so viele Sachen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch was finden können. Hier zumindest nicht. Dann oben. Auch nicht. Okay, dann wieder zurück. Und dann überprüfen wir jetzt mal jeden Raum. Nein, hier auch nicht. Okay. Nein, hier gibt es auch nur die gleichen Sachen. Aber hier gibt es andere Sachen. Aber es sieht nicht so aus, als ob das jetzt hier auch noch einen roten Stein bringt. Oder einen roten Hut. Und der rote Hüte hier. Oh, den können wir kaufen. Der Spanier. Ach, Unterwasser ist das. Ah, nee, doch nicht hier oben. Aber die hier können wir auch noch kaufen. Oh, jetzt kommt die ganze Crew von Davy Jones an. Wo ist denn der jetzt? Hier. Noch einer? Nee. Schütt nicht danach raus. Okay. Warte, hier. Deck. Auch nö. Naja. Ist ja... Wunderbar. Okay, die Charaktere wurden gespeichert. Also, es ist immerhin nicht in einem Level abgestürzt, sondern hier. In der... Welt. Also ist das nicht schlimm. Vor allem, weil noch alles gespeichert wurde. Warum ist jetzt alles da vorne? Danke. Da können wir noch einkaufen. Nein, ich brauche ihn. Dann brauche ich eine Schaufel oder den Hund. Der Hund ist auch okay. Nein, Hund. Hund. Hund war tot. Irgendwie konnte ich ja gerade noch kaufen. Ich weiß nicht mehr, aber irgendwen. Ah, okay. Ist weg. Gut, schade. Und jetzt ist es plötzlich wieder hier. Ich verstehe es nicht, aber okay. So, Schaufel, äh, Hund. Ist keine Schaufel, ist ein Hund. Wo ist denn der Hund? Kommst du wohl auch mit? So. Karotte. Kann ich da mit den Esel füttern? Vielleicht spuckt der ja irgendwie... ...einen roten Hut aus. Ich hasse dich. Geh weg da. Wo ist denn jetzt der Esel hin? Er hat mich eben platt getrampelt und jetzt ist er weg. Ne, da vorne ist er. Da können wir sogar wieder einkaufen. Ich weiß sogar. Ich will helfen dir aus. Wolltest du mir die hier wieder anmachen? Ach, ich kauf dich wann anders. Die Karotte macht nicht genug Schaden. Jetzt ist dieser scheiß Esel wieder weg. Ne, da ist er. Gut, dann nimm meine Karotte halt nicht. Oh, du kommst jetzt her. Ah, der Typ hier unten auch. Ah ne, der will an Land gehen. Okay, dann brauche ich nicht zu David Jones wechseln. Entschuldigung. Dann lass dich halt nicht kaufen. Wie viele fehlen denn noch? Ah ja, das sind doch gar nicht mehr so viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn ich jetzt richtig erzählt habe. Fehlen noch zehn Charaktere. Warum ist das hier nicht mehr offen? Warum muss man das hier... Warum muss man das hier jedes Mal wieder aufmachen, aber die andere Seite nicht? Das versteht ihr auch nicht. Und deswegen muss ich auch wieder neu aufbauen. Ja, weil, also... Oh, gut. Wenn's so einfach ist... Warum wusste ich das nicht? Ach, verdammt. Das ist auf Zeit. Ich hab's. Roter Hutfinder. Ja, so. Das hilft doch. Das ist doch das, was wir wollen. Hier ist kein roter Hut mehr. Aha, hier wird aber einer angezeigt. Zwei fehlen noch. Okay, irgendwo hier. Oh, getroffen. Vielleicht so, wenn wir das hier ranziehen. Aha. So, ich brauch ne Frau. Wollte, vielleicht hier aber nicht hier oben an die Stange springen. Aha. So. Und so. Und roter Hut. Wie ist der rote Stein? Roter Hutfinder. Ja, roter Hutfinder. Okay. Dann haben wir jetzt noch diesen roten Hut. Extra Herzen. Und der letzte rote Hut wird dann hier irgendwo sein. Nee. Tatsächlich nicht. Aber das ist das letzte Gebiet. Dann vielleicht hier drin. Okay, vielleicht kriegt man den auch irgendwie ganz anders. Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. bald. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020